Awww 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 Ach warte mal So Einige hier Ähm Ne Nein Oder? Ne das war mir eigentlich lieber Jetzt waren wir nur Das eine eben Wichtig dass wir das Upgraden Awww Austausch Entschuldigung Mal kurz Ah Tut mir leid L sna Hauer The Kall Also Bונ Böser Stoff. Also eine Droge? Böser Stoff. Aha, jetzt werden sie zahlreich. Jetzt werden sie zahlreich. Oh, komm, das taue ich auch noch aus. Weniger Schutz, aber... Ah, wobei, nicht ganz. Darf ich vielleicht ein bisschen hinbiegen? Ähm, überall Zackgassen oder was? Kannst du mich verarschen? Was ist denn das Ding? Sag mal. Diese Musik passt, ehrlich gesagt, nicht hierzu. Ich glaube, wir kommen mit dem Ruiden von Sechauer noch raus, wenn ich das schon höre. Nein, heilen der Agonie. Ah, gosh. Na, komm schon. Willst du vielleicht ein Atem des Truges trocken, ja? Nicht genug Wut. Meine Hebe vernichten euch. Wir werden vielleicht nicht alles schmieden müssen, weil wir unterwegs viel sammeln. Alex, ich hoffe auch sehr, dass wir jetzt auch schon ein 61erer kriegen. Viel bessere. Das wäre umso besser. Weil ich mache allmählich keinen Schaden mehr. Und so sehen es feiernda aus, jetzt. Was können wir denn für Bescheid erfassen? Was können wir denn für Bescheid erfassen? Weissel. Das war's. Das ist schon ein guter Ring. Geht das nicht? Ist das denn schon der? Na guck mal, was kommt denn da? Ich brauche ein Boot. So, der jetzt nichts hat. Oh, wie ist das hier? Halt! Halt! Jawoll, Atem des Todes. Dieses Werkstoff. Das werden wir ab 61 erhalten. Oh lol. Achso. Ich greife mal kurz da drauf zu. Bis wir eine Hand Waffen kriegen. Weil das geht so nicht. Alter, diese Riesenschneide hier. Oh, 27 Millionen Erfahrung wieder. Dieser Anblick gefällt mir gar nicht. Das ist ja auch nicht. Deswegen. Zack weg. Zwei Atem des Todes. Damit können wir. Ah. Unseren Schmied und unseren Juwel. Juwelier. Oh, weiter ausbilden. Und wir werden jede Menge Atem des Todes brauchen, wenn wir Fähigkeiten entziehen wollen. Aus legendären Items. Da haben wir die Würfe ja geholt. Recht damit. So. Unteres Schicksal sind wir jetzt angekommen. Da geht... Da müssen wir Kotzenklotz finden. Den Räuber. Räuber Kotzenklotz. Was heißt hier? Ruff, ruff, ruff. Ist das Thorstens Hammer? Nein. Oh, damit können wir zum Beispiel mehr aushalten. Also. Tausche ich die mal aus. Deutenklieber jetzt. Aber zur richtigen Stelle. Komm, den geb ich mal in ihr. Hm. Da meine ich auch. Na! Was war das denn? Ja! Oh! Du, die blöde... Das tut mir oder... So, ruck die Hale, Hund. Oh, darf ich nicht plündern? Dann mache ich aber trotzdem. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Jetzt kommen wir passenderweise hier zur Kathedrale, wo wir schon einmal Hall der Agonie haben. Oh, ich glaube der Gesuchte ist nicht mehr weit. Also haben wir nicht tone golden plural. Dann machen wir Kaffee das Hai Angebot. Ja,sized advisors haben nicht mehr. Das ist richtig. Ne? Ist es richtig. Eine exzellente Wahl. Meinst du? Äh, glaub ich aber weniger. Das hat sich bloß nur schwächer gehalten. Ah, Kotzenplotz, ja, da haben wir's. Der ist ja wirklich zum Kotzen. Apokalyptische Magenverstürme. Ja, allerdings, ey. Er kommt raus. Ah, diese Würmer. Ah, nee, gar nicht. Das, 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 das. Mau. Gut, ich geh einfach weiter. Was mach ich denn da? Ich muss zurückkehren. Na, ach. Mann, was mach ich denn? Verklicke mich erst mal tausendmal. Das hat ja nix. Das aber. Und das. Die werden behalten. Lass ich mal entscheiden. Gut gemacht. Ihr habt ja. Na, vielen Dank auch. Hey. Was mag es uns jetzt bringen. Mau. Na, was war ich denn da? Was war ich denn da? So, jetzt kann ich jede Menge Sachen erlernen. Und du wirst weiter ausgebildet. Und du wirst weiter ausgebildet. Bis zum Schluss. Ja, dann gehen wir jetzt zum Juwelier. Dann haben wir das auch schon mal. So. Gleiches giftig. Jetzt dürfen wir doch alle haben. Ah, nee. Noch nicht ganz. Die braucht auch nur noch eine Stufe. Maximale Effizienz. Mächtige Waffe zweimal. Kalteanisches Schwert. Nee, brauchen wir nicht. Das bräuchten wir. Das bräuchten wir erst recht. Oh ja. Oh, die Gürtel. Warte, da machen wir noch einen draus. Hm. Nee, nee. Falsch. Ein Schild für mein Champion hier an meiner Seite. Ah, da machen wir auch noch einen Streitkolben. Wird doch ein Schwert. Schulterschutz. Das sind aber auch neue. Wenn man es mir erlaubt, Mensch. Da würde ich es allein deswegen schon nehmen. Die Dunkelheit nimmt zu, während wir hier rumstehen. Ach, die baut sich auch so schnell wieder ab, wenn wir wieder loslegen. Mein lieber Freund. Templarelle können wir auch machen. Heiliger Gral. Ekliges Blut. Oh. Das habe ich schon sonst gemacht. Eine gute Wahl. Ah ja. Ich mache das bewusst ein, weil dazwischen kommt ja noch eine Stufe. Nämlich den Sternförmigen. Das kann ich zu Schauzwecken mal hier vorführen. Also schon mal hier. Das war's für heute.